Shoot the Burndown Shards with Oh shit Das war zu früh Das war doof Nice Aber trotzdem bloß nur Silber 200 Rang Warum wird es ja jetzt schon schwieriger Oh shit Naja So jetzt auch You can't rocket jump on melting platforms Was? Ach du scheisse Brut 180 Shoot New Stampler skin unlocked How do someone das shit Oh shit Oh shit Oh shit Das war ziemlich schlecht Ach du scheisse Brutze Okay Okay das geht bis Okay das war schlecht Was mache ich hier? Ich komme jetzt schon durcheinander Wahnsinn Sehr verbessern Sehr schön 52 Plätze gut gemacht Ich habe gesagt das wird bestimmt noch ziemlich schwierig werden Junge Junge Was? Das war so ein guter Run Nice Das Spiel ist nice Wirklich Das ist unglaublich cool Das ist unglaublich cool Macht so Spass Leute Find den Moustache Find den Moustache Laboratory geht zu rechts lang Äh erstmal links I forgot to feed my Tamagotchi No ist es tot? Das ist doof Ach ja Tamagotchis Hat ich auch mal Can't have a shower without a rubble duck Please help me Please help me Okay Für ihn müssen wir einen rubber duck suchen Mind using another sink Irgendwie Irgendwie Annihilate Manche Wörter In Innovation department Welcome to our lab Here we create the trusty Stamplers That every employee wields Okay Okay Dann müssen wir rein Daher erst woanders hin Why blasting Stamplers Staples Well it's hello No it's literally exploish Explo- 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 Exploitation Techno- Junge Zungen brecher Das tot Das Top secret Hm His name is Chicken Chicken Ich nehm Chicken mal mit Wenn ich So fies sein darf Aha A rubber duck Thanks Ja und jetzt Passt hier nix Hello custom designs lab The shot in the egg We're cooking up some devilish good staples designs to reward our best employees For free of course You know hello maybe evil but not that evil Can you see I'm working Creativity corner ach wie schön Huh Ja doch ich fühl die Ich fühl die Energie Nice Oh I've heard the rumors from the other labs Make the hooks for corporate climbers Portals to escape heated meetings Maybe I've said too much Ist das im anderen Raum irgendwie Diese Geräusche How do we test our statements? I just wanna go home I just wanna go home I'm the guardian of the staples stream I'm the guardian of the staples stream Oh that's a whole new level of torment I never imagined hell like this Man Man wird eigentlich schon zu viel vor Ich glaube fast Ich geh nochmal zurück Diese Knopf lächelt mich an Ich glaube wir müssen sowieso nachher da durch Die 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 I know a guy who can help you. The name is Doof. He fears platypuses such a... Such a... Pec... Peculiar fella. Junge. Nehmt halt noch schwierigere Wörter. Meet Doof. Haben wir den schon getroffen? Ah ja. I knew where you would come. We need to create a distraction so we can go to the secret lab. Wow. See that massive button over there? Just let your intrusive thoughts win. Ich hab's doch gesagt, ich möchte den Drücken. I will say I decided to embarrass my inner bheaver. Ach man, diese Witze. Ah, Shooting Range. Ich kann dich nicht hören. Emerging, waaat? Wie höre ich dich? Oh, ich bin nur fluent in lip-reading. At least du hast sie noch. So, was denkst du, unsere letzte Kreation? Perfekt für diese Charts mit Ease, richtig? Das stimmt. Schön, dass wir hier eben das Maskottchen haben. Das sieht so falsch aus. Let me out! Let me out! Ah, die Tür ist zu. Okay. How to start a cult? Hang in there. What a mess. Great job. Atoof! Now behold, my lightest inventation. The Burn Devil Contracts Innator. It will modify your staples, so it can even burn the special paper of the contract, described by Stan himself. Modify staples. Modify staples. Modify staples. Modify staples. Modify staples. Flame soda. We love science. Okay. Hurry up! There's no time to waste. The условies! Just go. These are really just so creepy. betrothed ah shit stay please stay please what are you doing here i was resting behind a strangely convenient pile of boxes and what do i find my newest and favorite employee lazy wandering around the lab facilities do i need to remember remind you what your task was hmmm what should i do with you i will show you how we deal with the troublemakers take the elevator and heed to inhuman resources they will be waiting for you inhuman resources sehr schön statt hr ist es einfach i r naja mal schauen was sie zu sagen haben don't get caught by lava ah fuck das war knapp oh nice silber sehr schön oh fuck wo geh ich hin ist es gut ah das ist falsch egal ich warte kurz da rauf da runter da drüber und dann nach rechts das verbraucht Zeit da da fu ah ah shit ah fuck was man hier naa ass war ja mal gar nichts das level ist fies ich hab nichts loge truck noo ich kann ich kann da die 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 Auuuuuuuuuuu! Ich sag da nichts dazu. Oh Gott! Das wird langsam echt schwierig. Shoot! Ich lese es noch! Das war ziemlich doof. Nee, das war jetzt nichts. Steigt die Lava eigentlich an? Ist echt das richtig? Oh shit! Shit! Oh Gott! Junge! Kehr dich zu links. Wahrscheinlich beißt der gleiche Weg. Ah shit, shit, shit! Woh lang? Woh lang? Das verbraucht viel Zeit. Das ist auch doof. Links! Alte Schwene! Oh Gott! Paper Shredder! Ah! Fuuu! Fuuu! Thanks for playing the demo. Okay, das kam jetzt unerwartet. Ha! Sehr schön! Hauptsache ich hab am Anfang mal gesagt, ich würde nur eine halbe Stunde spielen. Oder eine Stunde. Okay, das ging jetzt eine Stunde. If you enjoyed the platforming levels, the early access version contains more levels but does not include the narrative yet. If you liked the demo, please add it to your wishlist on Steam. You can join our community on Discord for updates. Ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, mir hat es gefallen, das Spiel ist auf der Wishlist, dann wishlistet es bitte auf Steam. Gebt dem Creator ein bisschen Lob dafür. Und es war unglaublich cool. Unglaublich smooth. Sehr cooler Level. Ebenso die zwei Parts mit dem Büro, also mit dem Office und diesem Jump'n'Run Action Platforming Level Zeugs. Ziemlich nice! Ein Spiel mehr auf der Wishlist. Ja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Vollversion. Vielen Dank fürs Zuschauen und Staple Staple! Tschüss!